Gott hat mich gesegnet mit einer Vision. Ich bin sonst kein Mensch für Visionen. Ich ermutige euch mal, nehmt mein Aufnahmegerät, während ihr betet und nehmt mal auf, was ihr da redet. Oder wenn ihr einfach mal zu Gott redet. Dann spielt es nachher mal ab und hört dem mal zu. Und dann guck mal, ob du ihm, Anweisungen gibst oder ob du von ihm Anweisungen empfängst. Und dann bist du erstaunt, wie oft du Gott dirigierst, was er doch bitte schön machen soll. Ich möchte euch nicht entmutigen, aber er lässt sich nicht so gut rumkommandieren. Um das klarzumachen, um mir das klarzumachen, damit ich sehe, wie töricht ich da bin, hat Gott mir mal eine Vision geschenkt. Und plötzlich sah ich Ich sah den Thron Gottes. Ich konnte Gottes Gesicht nicht sehen, das war einfach nur ein hellstrahlendes Licht. Aber diese 24 Ältesten saßen um ihn herum. Und dann konnte ich so sehen, wie Gott so vor sich ein Loch machte. Und es zu allen Ältesten sagte, kommt man hier rüber. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Bilder gesehen habt, wie aus dem Weltfall aufgenommen wurden, wie unsere Erste. Und dann wurde dieses immer weiter rangezoomt zu einer Person auf der Erde. Wir haben heute Teleskope, die so etwas tun können. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott dann hat? Also ich stellte mir das so vor, wie er plötzlich so einen Zoom machte bis auf die Erde. Und er zoomte bis runter, bis runter nach Tennessee, das war, wo ich damals lebte. Bis in mein Haus, und da unten saß der kleine Joseph. Und stand da unten und gab Gott ein paar Vorschläge, wie er die Dinge machen könnte. Das nächste Bild, was ich dann hatte, war wie dann diese 24 würdigen Ältesten, auf dem Boden lag und sich die Hände hielten vor Lachen, am Bauch hielten vor Lachen. Und ich dachte, wow, das ist der Witz des Tages. Oh, ich bin da oben der Witz des Tages. Und das war wirklich ein bisschen unangenehm. Und ab da war ich wirklich vorsichtig, das nicht mehr zu machen. Und ich hoffe, das hilft euch auch, das ein bisschen zu verstehen.